Das erste Mal Ritterlager Vilsäck nach der Pandemie und für mich auch der erste Mittelaltermarkt. Das Auto ist vollgepackt wie eh und je und ich werde gerade echt ein bisschen emotional, weil es lange her ist. Wirklich lange her. Vier, fünf Jahre seit letztem Markt. Wow! Auf dem Weg zur Burg Dagesteyn entdeckten wir erste bekannte Gesichter. Ritter Martin von den Rittern von der ZAG trainierte fürs diesjährige Turnier. Freitag abends läutete ein Mittelalter-Rock-Konzert das Wochenende ein. Nachts ist für uns als Verein eigentlich immer das schönste. Man trifft gute Freunde wieder und trinkt, isst, feiert. Teilweise bis zum Morgengrauen. Und am nächsten Tag geht es endlich los. Die ZAG trainiert den Rittern von der ZAG trainiert den Rittern von der ZAG trainiert. Musik So, es wird dunkel auf Burg Dagesteyn und wir stürmen los, um bei der Feuerschow mitzumachen. Einen schönen guten Abend! Hallo! Bonjour! Wir beginnen in Kürze mit der Feuerschow. Ich bitte, die Kinder vorne sitzen zu bleiben und nicht in diesem Bereich hier zu laufen. Musik Oh, Fortuna, Virut Luna Musik 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 Wir danken der Stadt Vilsig und den Rittern von der ZAG für dieses grandiose Wochenende. Im Sinne des Mottos der ehemaligen verabschieden wir uns mit folgenden drei Worten Krug, Schwert und Feuer. Bis zum nächsten Ritterlager auf Burg Dagesteyn. Diesmal hoffentlich nicht erst in vielen, vielen Jahren. Musik 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 Musik